Hallo, ich bin Edwin Fuhrmann. Ich bin gerade bei der Lokotherapeutischen Gesprächsführung mit Chris Lennart. Es ist wunderbar, es ist heute in mehreren Tagen und wir gehen dann schöne Gesprächsführungen durch und es ist sehr, sehr lehrreich. Man ist da selber mal Klient, man ist da selber mal Berater oder mal in die Beobachterposition. Und davon lernt man sehr, sehr viel, was man anders nie in der Ausbildung so richtig lernt. Diese Praxis, diese Sachen, die man mitnehmen kann, von denen man sehr, sehr viel lernt. Und natürlich auch, wenn man selber beratet wird oder als Klient da sitzt und dann mit deinen eigenen Fällen kommt, das ist wunderbar. Du wirst da richtig schön beratet, richtig schön, dass du deine eigenen Fälle da anschaust. Es ist voll schön, um da dann auch von sich selber zu lernen, zu wachsen und auch die Sachen, die man hier dann lernt, alles insgesamt das mitzunehmen und das in der Praxis weiter später einzuführen. Das ist natürlich wunderbar. Ich würde es jeder empfehlen. Ohne das, ja, dann hat man irgendwie, ja, nicht mehr der Gerät oder diesen Koffer, ja, Methodenkoffer, ist dann nicht komplett. Ja, und dann sucht man immer nach Sachen, ja, aber wenn du das hier dabei hast, ja, dann wird es mal richtig komplett. Und das ist richtig voll gut. So, ich würde es jeder empfehlen, ja, und mach es einfach.